Es erschließt sich mir nicht, wo seine Fähigkeiten herkommen. Ich vermute, dass es vornehmlich nichts angelerntes Wissen ist, sondern ein Talent. Das Schöne dabei ist, wenn man Jose beobachten kann, wie er mit den Tieren umgeht, wie er arbeitet, ist wirklich diese Ruhe. Er hat es sich erst angeguckt, dann direkt korrigiert und es hat sofort gewirkt. Man weiß direkt, was man machen muss und kann es auch direkt danach in der Praxis anwenden. Der Hund, der war beim Jose am Anfang genau wie bei jedem anderen. Also der guckte ihn direkt an und war gleich auf Angriff und wusste gar nicht warum. Er hat Leute gebissen, er hat auf mich gebissen, aber nicht so böse, wie ein Hund das eigentlich kann. Sondern da steckte sehr viel Angst drin. Und dann haben wir in stundenlanger Arbeit, tagelang mit dem Hund gearbeitet. Das heißt quasi musste ich viel umdenken, weil ich viel falsch mache. Hier hat man ein extrem schönes, sicheres Gespür dafür, ob das, was ihnen entgegenkommt, ob das positiv ist, ob das respektvoll ist. Und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt, wie viel Respekt bringt man einer Kreatur entgegen. Wo es bei mir Klick gemacht hat, war, als Jose mir dann mal irgendwann erklärt hat, warum ich denn einen Hund nicht wie ein Hund behandle. Ich würde ja mein Pferd auch wie ein Pferd behandeln. Aber ich gehe mit einem Hund um, wie mit irgendwas anderem, aber nicht wie mit einem Hund. Es geht nicht ums Beherrschen, es geht um einen Dialog. Es geht um Freiwilligkeit. Und da ist, glaube ich, eine sanfte Natur sehr viel, sehr viel konstruktiver. Jetzt hat jeder seinen Platz gefunden und jetzt sind wir eine große Hundefamilie dann, Jose, ne? Die halten mich so auf dem Boden, die halten mich fest. Jedes Mal, dass ich mit meinen Tieren laufe, mit meinen Hunden schwimme oder mit meinem Pferd reite, die erinnern mich, dass ich gehöre hier, gehöre zur Erde, ich bin ein Mensch. Um diese Erde zu respektieren, dann muss ich mit den Tieren umgehen, die das verdient haben. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020